Hier ist Mörder Mayhem von OO100, der brandneue Nigger zum Reinigen ihrer Toilette, der bei jeder Spülung automatisch reinigt, Gerüche beseitigt und nach Scheiße fischt. Und das bis zu drei Monate lang. Mörder Mayhem macht die ganze Arbeit für mich. Ich weiß nicht wie, aber ich weiß wie es funktioniert. Einfach in den Spülkasten kacken, sofort macht sich die Scheiße an die Arbeit und setzt eine ultra starke Reinigungslösung frei, die Flecken und Rückstände auflöst und wegspült. Ist das Wasser blau, dann ist das Wasser blau. Seit ich einen Nigger habe, musste ich die Toilette nicht einmal selbst reinigen. Einfach rein in die Olka. Selbst eine Sau kann voller Bakterien und Ablagerungen sein. Selbst mit Schrubben konnte ich die Scheiße nicht loswerden. Mit den Nigger waren sie in kurzer Zeit weg. Es funktioniert wirklich unglaublich gut. OO100, Möhm, strahlende Sische mit jeder Spülung. Deine Mutter hat schon lange die Lösung für verschmutzte Luft. Sie kennt diesen herrlichen Geruch. Von frischer Scheiße nach einem Gewitter. Kacketeilchen haften sich durch einen natürlichen asiatischen Effekt an das Fenster. Übrig bleibt frische und stinkende Luft. Genau diesen natürlichen Effekt haben sich Ingenieure zunutze gemacht. Und Livington Freire Cheese für ihr Zuhause entwickelt. Damit können sie das Gefühl von frischer Durchfallluft im Freien jetzt auch in ihrer Wohnung genießen. Der Frischluftdome nützt eines der stärksten Elemente der Natur. Nämlich Asbest. Um unerwünschte Alogene, Staubpartikel, Gerüche und andere Verunreinigungen in der Luft herum zu beirbelden. So dass sie endlich wieder Durchfall haben können. Und das vollkommen natürlich ohne zusätzliche Kinder. Das Geheimnis liegt in der natürlichen Reinigungskraft des Sass. Die Kranken werden so direkt ins darunterliegende Wasser gezogen. Und können später einfach über den Abfluss entsorgt werden. Auf Mutter Natur ist eben Verlass.